Ich bin Polygroid und Sie lernen bei Impolygroid-Channel. Enjoy and have a great time! Möglich. Das sind seine Umschlagplätze. Wie kann der so schnell alles leer räumen? Davon wusste nur der kleinste Kreis. Die Info ist ganz sicher. Hast recht. Kleinster Kreis. Gleiches Team. In einer Woche zweimal ins Klo gegriffen. Drei Leute wussten von beiden Einsätzen. Rafika, ich und du. Was soll das heißen? Sag du's mir. Ein Maulwurf? Gute Theorie, Bruno. Klingt besser als Zufall. Rafika ist es nicht. Da bin ich mir sicher. Und auch, dass ich's nicht bin. Warte, lass mich nachdenken. Nee, ich bin's nicht. Pass gut auf, was du als nächstes sagst. Warum? Weil du's Tarik a mir weiter erzählst? Fick dich. Hey, bleib cool. Bleib cool. Fick dich doch, du Schweh. Komm, raus damit, raus. Sprich's aus. Ich bin, ne Schwuchtel und du, ne Ratte. Du spinnst. Ich weiß, du bist es. Ich krieg dich dran. Du kleiner Wichser. Ich melde dich bei der internen, du. Du bist es. Du Spinner. Komm runter. Was ist los mit dir, him? Hey. Erol, komm mit, ich muss dir was zeigen. Komm her, hab dich nicht so mädchenhaft. Elf Uhr, Balkon, zweiter Stock. Fettsack mit, nimm hässlichen Hemd. Ja. Der nichts Besseres zu tun hat. Als auf die Straße zu glotzen? Check den Tisch. Fernglas, vier Handys. Die haben solche hässlichen Fettsäcke. In allen relevanten Bezirken, überall. Tarek Amir sehen uns die ganze Zeit. Hakim braucht keinen Maulwurf. Nur Balkone und Fettsäcke. Die können ein Handy benutzen. Und durchs Fernglas gucken. Hör auf dein Herz, Erol. Du weißt, es ist die Wahrheit. Der Fahrstuhl ist frei. Worauf wartest du? Pest. Hör zu. Ich liebe diesen Sound. So hören sich 10.000 Euro an. Das haben wir doch ausgemacht. 10.000, ne? Das ist mir ein erfolgreicher Tipp wert. Komm her. Aber. Aber dein Tipp war nicht erfolgreich. Ich hab euch die Adresse gegeben. Ich hab nicht bekommen, was ich will. Der Kanackenbulle hat überlebt. Hakim, das ist unfair. Ich hab Freunde deswegen verloren. Reif. Guck dich um. Bekommt man sowas? Wenn man immer fair ist? Wie viele Freunde hab ich wohl verloren? Um bis hier hin zu kommen? Komm. Ich zeig das hier nur den Leuten. Denen ich vertrau, Habibi. Was du mit dem Tipp bekommen hast. Ist mein Vertrauen. Und das ist mehr wert als 10.000. Verstehst du? Him. Wenn du nächstes Mal hier reinkommst. Kriegst du, was du verdienst. Cash auf die Hand. Oder, ne Kugel in deinen Kopf. Him. Liegt an dir. Guck nicht so behindert. Spaß, Mann. Komm mal her. Mach weiter so. Okay? Dann gibt's auch Cash für dein Studio. Okay? Okay? Okay. Jalla. Sieben Tage. Sechs Tote. Und was machen wir? Großeinsatz. Auf ein paar leere Lagerhallen. Ich gebe euch alles. Was die Polizei zu bieten hat. Jeden Scheiß. Braucht ihr noch paar Helikopter? Nen Panzer vielleicht? Dann könnt ihr Kreuz Köln platt machen. Ich sitze jeden verfickten Tag. Am Telefon und muss. Die Presse zerpflückt mich. Polizeipräsidentin Bandloh. Sägt an meinem Stuhl. Und was kriege ich dafür von euch? Ich hätte da mal, ne Frage. Vielleicht hat einer hier auch, ne Idee. Wer hat Orkan Erdem umgebracht? Irgendein Motiv. Irgendeine Spur? Und bitte nicht in leeren Lagerhallen. Verdächtige Indizien. Aber bitte nicht. Irgendwelche Wettbüro Jugos. Ne Tatwaffe. Dieser verfickte Scheiß Lambo. Der ist golden. Total schwer, so was aufzutreiben. Ich will jetzt Ergebnisse. Wir glauben, dass Tarek Amir. Ja. Tarek Amir. Ja. Bring mir so, nen Tarek Amir. Am besten einen. Mit, nem goldenen Lamborghini. Und Blut von Orkan Erdem. Unter den Fingernägeln. Du wärst weiter. Hättest du deine Energie nicht sinnlos. Mit der Hexenjagd auf Kollegen werballert. Ich hab das letzte Mal bei der Bandlo. Mich für dich. Ziemlich weit ausm Fenster gelehnt. Jetzt bist du dran. Wenn ich der nicht bald was biete. Muss man hier auch Spieler auswechseln. Ah. Ja. Okay. Dem kann ich ja. Nichts mehr hinzufügen. Na dann, check die Daten der Festplatten. Papierkram aus den Lagern der Tarek Amir. Und findet irgendwas brauchbares. Ich bin in zwei Stunden wieder da. Du weißt, warum wir hier sind. Ist nicht viel diesmal. Ich ruf die Polizei. Lass das. Kasse auf. Mach auf. Ah. Wir sehen uns nächste Woche. Muratan. Was ist los? Schwierige Kundin, Alter. War oft mit meinem Bruder hier. Haben Scheiße gebaut. Autorennen, Steine geschlagen. Hatten hier den ersten größeren Deal. Mit so scheiß Bulgaren. Drogen sind nichts für mich. Wo ist der Beleg? Dem geht's gut. Mach dir keine Sorgen. Was willst du? Bist ein guter Bulle, sagt man. Korrupt, aber schlau. Was denkst du, was ich will? Kovac-Wettgeschäft? Hab ich schon. Ein Deal mit Tomos Jungs. Lange nicht mehr gesehen. Ist weg. Hast ihn versaut mit der Soko. Als wären wir Komplizen. Du hast die Läden übernommen? Einige, der Rest kommt noch. Über eine Billion jährlich. Steckt im Online-Wettgeschäft. Das nenne ich. Nenn verdammt lukraktiven Markt. Die Leute drängen uns ihr Geld auf. Im Wissen, dass sie verlieren. Ich check das nicht. Du bist doch auch so ein Zocker. Was ist denn das für ein Reiz? Ein Verlierer zu sein? Him? Für mich heißt's. Endlich weg von den Scheiß-Drogen. Ist gut für dich. Wettgeschäft heißt weniger Gewalt. Orkan Erdem sieht das anders. Wir haben ihn nicht gekillt. Wir hatten, Nendil. Ich hatte ihn in der Tasche. Er sollte das Spiel beeinflussen. Faul Elfer für die Türkei. Ich hab geschwitzt, als er nicht auflief. Aber ist ja nochmal gut gegangen. Nicht wahr? Und Speti? Das warst du. Deine Wette hat ihn das Leben gekostet. Er wusste von dem Deal mit Orkan. Ich dachte, er hätte es verraten. Aber er schwor, dass es Zufall war. Er hat die Wahrheit gesagt. Wenn Kovac weg ist, was willst du von mir? Komm, streng deine Birne ein bisschen an. Denk nach. Ist was, was wir beide wollen. Dein Bruder? Er will nicht. Dass du ihm den Rang abläufst. Du willst, dass ich ihn einbuchte. Interessant. Ich arbeite dran. Läuft wohl nicht so gut. Sehe euch nur. Dumm in leeren Hallen rumstehen. Schaut euch mal unseren Aufzugsschacht an. Wo? Bei uns. Bei euch? Zu Hause? In der No-Go? Safe Room. Mit Geld, Koks. Alles, was dein Bullenherz begehrt. Und kein Schein, kein Päckchen. Das nicht durch Hakims Hände geht. Und er trägt keine Handschuhe. Ihr kommt ja nie zu uns. Zu Hause fühlt er sich sicher. Gerade heute. Seine Hochzeit? Standesamt ist 17 Uhr. Es muss vorher passieren. Geht nicht. Nicht nach dem Debakel heute. Du wirst, nenn Weg finden. Wenn's nicht vor der Trauung passiert. Dann geht dein Beleg auf Pressetour. Wie heißt sie nochmal? Kamila? Sein Geschäft und seine Frau. Das geht dich, nenn Scheißdreck an. Okay. Hör zu. Ihr. Ihr stürmt bei mir rein. Meine Bude ist sauber. Okay. Ihr macht euren Bullenschein. Scheiß. Untersuchung, Remi Demi und so, ja? Muss echt aussehen. Ja. Ihr lasst mich gehen. Wir können Hakim den Mord an dem Mädchen. Und kann Berg irgendwie draufklatschen. Und wenn Hakim im Knast sitzt, dann? Kriege ich meinen Beleg? Nee, 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 mein Freund. Nn weiter zusammen. Hör zu. Mein Wettgeschäft läuft so. Ich übe Druck auf Spieler, Trainer. Und Schiris aus und gebe ihnen Geld. Aber so kriegt man nicht alle. Und da kommst genau du ins Spiel. Ich brauch jemand, der bei Spielern Leichen findet, Dreck ausgräbt. Damit wir Druckmittel haben. So wie ich eins gegen dich habe, klar. Deine Arbeit und deine zwei Familien sind dir so wichtig, dass du dich mir niemals widersetzen würdest. Sonst verlierst du alles und sitzt ein. Hast du verstanden? Du bekommst natürlich deinen Anteil. Win-Win. Trauung ist in fünf Stunden. Wo bist du? V-Mann getroffen. Frag gar nicht. Ich kann dir nur eins sagen. Hakim hat Ware und Geld zu Hause. Versteckt im Aufzugsschacht. Bullshit. Das würde er nie machen. Außerdem ist das No-Go-Area. Weißt du, was los ist, wenn wir anrücken? Deshalb fühlt er sich da sicher. Ist die Info sicher? Absolut. Wir müssen da hin. Sofort. Wir müssen langsam machen. Das Zeug ist jetzt bei Hakim. Nicht irgendwann. Jetzt. Kurt. Ich hab eben gerade. noch mal mit Seiler gesprochen. Er segnet nur noch ab. Was in direkter Verbindung zu Erdem steht. Drogen und Geld reichen da nicht, okay? Vor allem nicht. Für, nenn Kleinkrieg in der No-Go. Das Motto lautet, hinreichender Verdacht. Wir müssen eine Tarik-Amir-Connection zum Mord an Erdem liefern. Steig ins Auto. Und du musst was mitbringen. Ich schicke dir den Ort und, ne Liste. Ich will richtige Ärzte. Und nicht diese Kult-Uhr-Bereicherer. Was ist hier los? Nachbarin hat uns gerufen. Aber sie lässt uns ihr nicht helfen. Mama, was ist passiert? Ich will diese Kanacken nicht im Haus. Hört ihr? Verpisst euch. Was ist passiert? Nichts. Steffi hat mich angerufen. Sie fand dich im Treppenhaus. Welche Steffi? Stefanie. Von nebenan. Ach so, die. Ja. Geht mir wieder gut. War ein bisschen Schwindel. Ich hatte den ganzen Morgen zu tun. Mit den Scheißbullen. Sind immer noch in der Garage. Brauchst du irgendwas? Nur dich. Bist du sicher? Dass ich dich brauche? Nee. Ich meine. Mehr, als du dir vorstellen kannst. Ich hab dich verletzt, ich weiß. Ich hab viel Hoffnung. In deinen Bruder gesteckt. Ich denke manchmal heute noch. Ich könnte ihn vielleicht. Ist schwer für mich. Die Realität zu akzeptieren. Für eine Mutter ist es nicht einfach. Einen Sohn zu verlieren. Bitte verzeih mir. Wir alle brauchen dich. Die Kameradschaft braucht dich. Mehr denn je. Ich hab ihr Vertrauen gebrochen. Die verzeihen mir nie. Ist alles gut. Du hast das Geld zurückgebracht. Hab ich nicht. Die Sache ist vom Tisch. Deine Loyalität. Steht nach wie vor außer Frage. Du hast Henkenmeyer. Vom Schlachtfeld getragen. In ihren Augen bist du ein Held. Und in meinen auch. Du bist die Zukunft der Kameradschaft. Du willst Tarek Amir? Das ist der Weg. Der einzige. Fuck. Ich bin's. Ich hab so nen goldenen Flitzer gefunden. So ein Sportwagen. Ne Rakete. Steht hier einfach rum. Wo? Na. An der Quedlinburger. Bei den Gastanks. So große Tanks. Ich war mit meinem Yorkscher Gassi und. Keine Namen bitte. Ich will keinen Terz haben. Nö. Verstehe. Aber wir haben momentan. Keine andere Wahl als. Frau Bandlow. Ich muss sie zurückrufen. Tut mir leid. Wir haben den Lambo. Und der lag im Kofferraum. Spuren? Läuft. Gut. Kommt noch besser. Ich kenne den Baseballschläger. Hab ihn bei einem der Tarek Amir gesehen. Das ist Teb. Selbst gemacht. Es war dieser Schläger. Weiß ich noch genau. Das ist ein hinreichender Tatverdacht. Oder? Ja. Jedenfalls genug. Um ein paar Tarek Amirs aufzumischen. Labor abwarten. Weitermachen. Das war noch nicht alles. Ich hab nen heißen Tipp. Hakim lagert Drogen und Cash zu Hause. In der No-Go. Auf gar keinen Fall. Komm, jetzt raus. Tschüss. Der Informant ist ein Tarek Amir. Wer? Der Scheiß liegt bei Hakim im Haus. Und ein Knüppel von Tarek Amir im Lambo. Das sind zwei Fliegen. Ich weiß, die No-Go. Aber Hakim heiratet in drei Stunden. Der ganze Block ist in Feststimmung. Herr Seiler. Ich jage Tarek Amir seit Jahren. Es ist verdammt schwer. Diese Drecksäcke dran zu kriegen. Aber wenn ich alles. Auf eine Karte setzen müsste, dann jetzt. Fingerabdrücke auf dem Schläger. Von einem Tarek Amir. Dann rufe ich sofort den Richter an. Wenn wir zusammenarbeiten. Keine Geheimnisse. Was ist das für ein Schläger? Wir riskieren hier Gefängnis. Wer ist dein V-Mann? Hier seid ihr. Zahlreiche eindeutige Fingerabdrücke. Von mindestens zwei Personen. Nur eine davon ist in der Datenbank. Ein gewisser. Kerem Tarek Amir. Seiler, Fingerabdrücke auf dem Schläger. Von Kerem Tarek Amir. Wir brauchen Helikopter und den Panzer. Wir sehen uns beim Richter. Ja? Wenn man euch braucht, seid ihr nicht da. Beweise für deine Wette gehen per Klick. An Leute, die wissen, was sie damit tun. Soll ich auf, senden, drücken? Nein, noch nicht. Eine Stunde. Ist Seiler schon da? Gerade drinnen. Wir haben den Ball. Ihr hattet das letzte Mal Anstoß. Okay. Stopp. Wir lassen die Münze entscheiden. Oh Mann. Wenn der Barcode nicht lesbar ist. Gibst du ihn per Hand ein. Bei den Vasen kommt das oft vor. Hm. Also wenn du mal was nicht weißt. Immer raus damit. Wirklich nicht schlimm. Wir haben. Nenn ein Satz in Kais erwarte. Größere Nummer. Mach dir bitte keine Sorgen. Alles gut. Ich wollte eigentlich nur sagen. Dass ich an dich denke. Ich liebe dich. Wohnung Zielperson 1, Hakim Tarek Amir. Ist das Dachgeschoss. Dort ist er wahrscheinlich. Und bereitet sich auf die Hochzeit vor. Zielperson 2. Sein Bruder, Kerem Tarek Amir. Vermutlich in Hakims Wohnung. Oder in seiner Bude im ersten Stock. Beide werden sich. Der Verhaftung mit Gewalt widersetzen. Der ganze Block wird sich widersetzen. Dass Hakim Hochzeit feiert. Ist ein kleiner Vorteil. Aber deswegen wird es nicht einfach. Hat Nenn Grund. Dass wir nicht mit dem Sprinter anrücken. Scheiße. Scheiße, Hakim. Rechts, zweiter Stock. Wachbosten. Der warnt sie. Was soll das? Nicht jetzt. Geh ran, Bruder. Ist wichtig. Hallo. H. E. Die fahren hierher? Hast du Signal für Barrikade gegeben? H. E. Straße dicht machen, schnell. Willkommen in der No-Go. Festhalten. Hakim. Was ist? Keine Zeit zu erklären. Alle raus. Schafft Mama und Baba raus. Alle raus. Mama, Baba. Yala. Kommt, mir nach. Geht schon, los. Raus. Yala. Yala. Kamila, schaff Mama und Baba sicher raus. Hast du gehört? Yala. Kinder nach vorne. Malik, Malik. Hol die Jungs. Bullen, Bullen. Yala. Vielleicht sind die nicht ready. Die sind ready. Keine Sorge, Yala. Bruder, du musst hier weg. Die kommen in mein verficktes Haus. An meiner Hochzeit. H. E. Zu unseren Kindern. Diese muttergefickten Hurensöhne. Die wollen Tarik Amir? Die kriegen Tarik Amir. Diese Hurensöhne. Los, kommt. Weiter. S.C.H. Autobarrikade. Wir müssen zu Fuß weiter. Aussteigen. Hakim, wenn die reinkommen, was dann? Wir müssen das Zeug loswerden. Wir müssen die verjagen. Ruf noch mehr Schabab aus allen Bezirken. Verpisst euch, ihr Hurensöhne. Verpisst euch. Die haben Zulauf. Wir brauchen hier Verstärkung. Ah. Weiter. Die sind in meinem Haus. Scheiße. Wir müssen mein Haus verteidigen. Kommt alle hier hin. Yala, Yala. Geht. Los, los, los. Ausgang 3. Sichern. Ausgang 2. Sichern. Yala, Yala. Oh. Fuck. Ah. Was? Hey, Malik. Steh auf. Yala. Alle runter. Yala, Yala. Polizei. Runter, runter. Polizei. Keine Bewegung. Polizei. Außer dir noch wer hier? Wir machen das. Holt euch Hakim. Ich check die Wohnung. Ja. Kommt her. Krieg. Achtung. Wir müssen zu Zielperson 2. Sichern. Sicher. Sicher. Ich bin sauber. Hab mit Hakims Geschäften nichts zu tun. Ich. Ich wohne nur hier. Du wohnst hier nur? Alles klar. A. Das. Das G. Schaff ihn weg. Zeig mir dein Gesicht, du Drecksfotze. A. Los. Hoch. Hände auf den Rücken. Du bist tot. Der Wettschein geht raus. Komm, beweg dich. Hakim, du hast keine Chance. Waffe weg und komm raus. A. A. I could. Oh. Fuck. Fuck. Yalla. Ihr Hunde. Hinterher. Auf den Boden. Runter. Bleibt hier. Bleib stehen. Du Mörder, du. Was los? A. Der andere Kollege? Darunter. Gott verfluche dich. Hakim, bleib stehen. Wichser. Ah. Ah. Ja. Mann. Ist okay. Ah. Fuck. Diese Wichser. Streifschuss. Mit erheblichem. Schusswaffengebrauch. Beißender Geruch in der Luft. Schwer bewaffnete Anhänger des Clans. Und schwer verletzte durch Detonationen. Die Situation scheint. Völlig eskaliert zu sein. Mindestens 35 Verletzte. Darunter 8 Beamte. Aktuell 37 Tatverdächtige in PG. Bedrohungslage vorerst beendet. Situation unter Kontrolle. Beweissicherung läuft erschwert. Momentan noch durch den Brand. Fickt euch. Lang lebe Tarek Amir. Hey, komm her. Übernimm du. Was ich heute früh zu ihm sagte. Denk nicht drüber nach. Siehst du das? Wir haben sie bei den Eiern, Alter. Das ist das Einzige, was zählt. Das wollte auch Icud. Hey. Seiler, morgen. Ich hab Feierabend. Woher hattest du den Tipp? Von deiner Mutter. Verpisst euch hier. Verpisst euch. Klar. Dass du bei so, näher Nummer auftauchst. Ich hab dich gesucht. Bist du der Grund für all das? Das sind böse Menschen. Die Frauen und Kinder auch? Die Männer brachten. Verbrechen her, Waffen, Drogen, Gewalt. Gut, mein Sohn. Solange du. Deiner Überzeugung treu bleibst. Ich hatte. Nenn ziemlich, ziemlich langen Tag. Ich gehe nach Hause. Und mache mir was zu essen. Du kannst mitkommen. Hilfst du so in der Nachbarschaft? Deutschland, Deutschland über alles. Über alles in der Welt. Deutschland, Deutschland über alles. Über alles in der Welt. Wir trinken. Auf unseren Kamerad. Johann Henkenmeier. Auf Johann. Auf Henkenmeier. Kann ich auf dich zählen? Kameraden. Die Zeit des Wartens ist vorbei. Ihr alle habt gesehen. Was in Kreuzberg los ist, ja. Die Kanacken. Die beherrschen ganze Stadtviertel. Rechtsfreie Räume. Für Dealer. Für Zuhälter. Und wir. Wir müssen uns verstecken? Niemals. Der Rassenkrieg hat längst begonnen. Kameraden. Es scheint etwas früh. Für einen neuen Präsidenten zu sein. Aber wir leben in schwierigen Zeiten. In Zeiten, in denen jeder Tag. Und jede Tat wichtig ist. Genau. Und für mich. Gibt es keinen besseren Augenblick. Angesichts unseres gefallenen Helden. Einen Führer zu wählen. Deshalb frage ich euch. Wer. Lebt diese Kameradschaft. Schon seit Kindertagen? Wer von uns. Ulf. Wer. Hat sein Leben mit Leib und Seele. Unserer Sache verschrieben? Ulf. Ja. Ulf Grimmer. Ulf. Wer hat sich niemals. Obwohl er vom eigenen Bruder. Verraten wurde. Niemals gegen unsere Ziele gestellt? Ulf Grimmer. Wem wollt ihr? In Zukunft. Unsere Kameradschaft anvertrauen? Ulf. 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 Es ist nicht leicht. Nennkameraden zu verlieren. Und noch schwerer. Nennbruder zu verlieren. Ich hab viel Hoffnung. In meinen Bruder gesteckt. Aber ich habe. Die bittere Realität akzeptiert. Er ist und bleibt ein Verräter. Und als euer Führer. Werde ich meinen Fehler nicht wiederholen. Ich habe keine Familie mehr außer euch. Ihr seid mein Leben. Für Volk und Vaterland. Ulf. 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 ist nichts wie zu Hause. Nicht mal ein türkischer Teppich. Wie bei einem Deutschen. Alles tot und kalt. Ich bin echter Deutscher. Du weißt, was ich meine. Nein. Ich verstehe nicht, was du meinst. Willst du mit mir streiten? Ihre Männer brachten also die Gewalt hierher. Was hast du gesagt? Nichts. Ich habe über deine Worte nachgedacht. Diese Leute brachten Gewalt hierher. Ja? Ja. Und ihr antwortet ihnen. In genau der gleichen Weise. Mit Waffen und Gewalt. Kämpft man so gegen das Böse? Einige Probleme. Sind nicht mit Beten zu lösen. Was weißt du vom Beten? Was willst du hier? Niemand hat dich gebeten zurückzukommen. Ich folge Gottes Weg. Fick dich. Seit ich im Stehen pissen kann. Lebst du mit deinem Allah. Wie in, näher offenen Beziehung. Mal ein Herz und eine Seele. Mal geht er dir am Arsch vorbei. Nur weil du wieder. Auf dem ich bin besser als ihr Trip bist. Musst du nicht die ganze Familie. Auf dein klägliches. Engstirniges Scheißlevel runterziehen. Deine Frau will nicht mit dir zusammenleben. Deine Tochter hat Angst vor dir. Und ich hasse dich. Lass uns endlich in Ruhe. Guido. Darf ich vorstellen, das ist mein Vater. Guido ist mein Lebensgefährte. Mein Partner. Und wir ficken uns ganz gerne. Gegenseitig den Arsch. We started like children. Lost in a building by the wall. Hope lost to fear. And nothing is clear. When we lost it all. This is how, how we tried. This is where, where it died. This is how, how we cried. Like the dogs left outside. Was ist? Ich darf nicht mit dir reden. Guck kurz aus dem Fenster, bitte. Wenn Maisa dich sieht. Bringt sie mich um. Sie hat recht. Und jetzt? Was ist das? Wonach sieht's denn aus, Mann? Ist das echt? Nee, Monopoly. Natürlich ist das echt. Wo hast du das her? Tarek Amir. Aber ich bin da jetzt raus, endgültig. Schön für dich. Viel Glück. Murat, ich hab das Ganze nur gemacht. Weil ich Kohle für das Studio brauchte. Es war falsch. Aber wir ziehen das durch. Sonst war alles umsonst. Es gibt genug Leute, die rappen können. Such dir jemand anders. Ich brauch nicht nur, nen guten Rapper. Ich brauch einen Partner. Gib mir wenigstens, ne Chance. Es wieder gut zu machen. We were so cautious. Guarding the lock sets viciously. I'm never breathing. Tender like ribbons obviously. This is how, how we tried. This is where, where it died. This is how, how we cried. Like the dogs left outside. Like the dogs left outside. Like the dogs left outside. Like the hope with you again. This is how, how we tried. This is where, where it died. This is how, how we cried. Like the dogs left outside. Was ist passiert? Der Wettschein geht raus. Komm rein. Was ist los? Das ist Sabine, meine neue Mitarbeiterin. Sabine, mein Mann Kurt. Hallo. Äh, ich bin durch im Lager. Super, danke. Kannst du noch die Inventur hier im Verkauf zu Ende bringen? Ich weiß nicht. Ich möchte morgen die Schadensmeldung rausgeben. Klar, ich ruf schnell den Babysitter an. Danke. Komm. Ja. Was soll denn die Scheiße? Him? Kommst du? Setz dich. So nicht. Nicht schon wieder einer der Momente. Wo du reden willst, ohne was zu sagen. Das hatten wir zu oft in letzter Zeit. Hast du dich mal gefragt. Wie sich das für mich anfühlt. Nicht zu wissen. Was in deinem Kopf vorgeht? Weißt du noch. Als wir uns das erste Mal sahen? Du warst ein Nazi-Arschloch. Verloren. In der zivilisierten Welt. Aber ich hab das Gute in dir gesehen. Weißt du noch. Was wir uns damals versprochen haben? Wir haben uns. Absolute Ehrlichkeit versprochen. Weißt du das noch? Wie konnten wir das verlieren? Nicht nur du. Wir beide. Ich hab eine Affäre. Mit einem Türken. Er wollte Schutzgeld hier erpressen. Ich weiß nicht, wieso. Aber ich hab mit ihm geschlafen. Ich wollte das. Wir haben hier. Auf dem Boden heute Morgen. Sag was. Sprich mit mir. Absolute Ehrlichkeit. Hör zu, Paula. Rapsong. Dack dich, von Murat 16 Schuss. Was tun? Zwischen Shirtas, Junkies, Huren. Ist der Horizont zu eng. Chirro, sehe ich aus wie ein Student? Saruch brennt wie die Wut. In den Cousins. Perspektivlos, geh nach Juros. Zieh das los oder zieh los, mach Beute. Frag nicht, wieso. Beide Eltern tot, Familie groß, Pico. So läuft es. Tafla, Shai, Sattler, Mafia-Taktiker. Murat hat kein Abitur. Aber auch keinen Akteneintrag. Der Kanacke bleibt smart. 16 Schuss. Meschara, niemals. Du bist am Arsch, Lahn. Chaps schießen, Scharf, Lahn. Assassins polieren Kugeln. Nach dem Tag bricht die Nacht an. Taten folgen. Scheiße wird haram. Besser dack dich. Chaps schießen, Scharf, Lahn. Assassins polieren Kugeln. Nach der Nacht bricht ein neuer Tag an. 16 Schuss und dann nachladen.